Hier lang. Mariti, Spaß mit dem Messer ne... Autsch! Ich komm eine Haare auf mich erstmal um, ey, der Markus. Was hab ich gemacht? Du... Der, der, der unser Fleisch essen will, hat mich ihm erstmal umgehauen. Ach, der hat meinen Quest-Märker automatisch dahin gesetzt. Deswegen war ich da. Also ist Sebastian doch richtig? Der ist bei deinen Nebenquests, ich war bei der Hauptquests. Ja, erstmal so neben. Dieser Villager hat mich total verletzt. Was würde eigentlich passieren, wenn ich mit diesem Stab eigentlich ins Wasser berühren würde? Müsst er doch eigentlich überschocken, oder nicht? Normalerweise müsstest du auch, ähm, ja. Eigentlich müssen viele andere Sachen hier auch passieren. Die nicht passieren. Eigentlich. Ja. Ich weiß nur, dass wir hier noch ne Quest machen müssen. Die haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Bei so nem Typ in so nem Haus. Der in so nem... mit so nem Gitter rum. Ich hoffe, dass wir die noch machen. Ach so, die, 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 die... Hast du die schon gemacht? Ja. 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 Da hat er sich nicht zweimal getrautzt, so was zu drehen. Die müssen wir auch noch machen, die Quest. Ich weiss auch, wo die ist. Ja, ich auch. Aber ist halt... Werden wir denn hingeführt, oder müssen wir die selber da finden oder? Ne, du musst die selber finden. Ach so, ja dann, egal. Dann müssen wir... Dann müssen wir generell mal hier rumlaufen. Vielleicht gibt's ja noch irgendwo... Guck'n Scheiß, wie schwer für die Möster durchgeklingt. Vielleicht finden wir hier noch... Otto Henderson. Ja. Wer ist hemmen lassen? Weiss ich nie. Henderson ist die Stadt. Oh, okay. Beinah nicht mal ne Band. Warte mal, hier lang können wir. Weiss, was mir gerade auffällt? Das Kotzen-Croatsch, dasselbe wie Rollercoaster-Titan. Nein. Kotzen hat, glaube ich, nicht so verschiedene Tonlagen. Ne, das hört sich anders an. Doch. Voller Kust, hab ich meine Kotzengeräusche jetzt nochmal, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so anhört. Ich glaube, das Knochen bricht... Was? Hä? Hackern? Warte, beim Hackern leckte ich nicht irgendwie durch. Ich glaube, das Knochenbrechen und dann ist er nur noch stehen geblieben. Also, also, geht weiter. Hackern hat mir angeguckt, als ob der gerade einen Schlaganfall bekommen hätte. Ich weiß nicht. Hat nichts mehr gesagt, der ist stehen geblieben so. Wieso, was? Hallo? Mein PC bleibt alle paar Sekunden hin. Ja, hängen, 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 hängen. Hä? Er liegt bestimmt hier an der Grafikkarten-Tribe oder irgend sowas. Ja, ja. Ich hab zwar den älteren installiert, aber... Das läuft's. Ich hab auch keinen Turm mehr. Willst du mal neu starten? Ja, das wär ne Option. Ja, warte eben hier. Er ist einfach verschwunden. Er ist verschwunden. Was sagt euch ein Batman? Er hat recht, verdammt. Speck-Man! 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 Bacon-Man, ey! Oh, Alter! Ich darf echt die Wurfmesser nicht in Hand haben. Ich darf ja manchmal mit rechts die Dinger... Vielleicht die anvisieren will oder so. Häh-Ey! Häh-Ey! Streichel dir ein bisschen durchs Gesicht. Ist ja schön. Oh, das war ne schöne Haut. Hehehehe. Wie doch gar kein Kerbis. Hehehehe. Spiritiert. Oh, aha, aha. Wie heißt du eigentlich? Sianmai. Der Simbi ist wie noch da, ist in der Hut. Yeah. No shit, Sherlock. No shit, Sherlock. So geil. Mit der Stadt auf Deutsch geschrieben, kein Scheiß, Sherlock. Hehehehe. Hehehehe. Maybe there's something I can use. Hä? Verklärt das du denn einfach hoch? Moment. Wenn's hier einfach optionale Quests einfach gibt, müssen wir mal hier rumlaufen. Ich hab gedacht wir werden da noch hingeführt. Nach dem Typ. Weil die wollt ich unbedingt machen. Da müssen wir ja mal die Billigen im Wurfmesser holen oder sowas. Dann verkaufen wir die ja irgendwie nicht mehr. Hätte ich denn eher gewusst, hätte ich mir direkt 100 Millionen gefunden geholt. Verdammt. Wenn wir mit dem Auto fahren, weiß ich wo wir hin müssen. Das Wasser ist die Leitung. Die Leitung. Die Leitung. Die Leitung. Die Leitung. Die Leitung. Oh shit. Ich weiß nicht, ob man Alco nicht mehr equipen kann. Ja. Was für ein Glück ey. Kann ich mal hier reinkommen? Er hat sich ein bisschen anders an, er hat Kotzgeräuscht. Wieso kotzen sonst klingen? Wir reden ja über Rollercoaster-Tyton-Geräusch. Wie sieht die Map aus? Fahr mal ein bisschen rum, da war irgendwo am Wasser. Das war an der eine Stadt vorbei, wo wir letztes Mal ausgestiegen sind. Fahr mal irgendwo entlang weiter. Warte mal, ich weiß wo jetzt zwar ist, aber hier waren wir gerade? Fahr mal weiter, weiter, oh ne da nicht, okay da ja. Ich glaub wir sind richtig. Ja richtig. Mir ist gleich da vorne rechts rein. Irgendwo wo es nen Tunnel gibt. Ja rechts, kompletter Tunnel. Genau da. Ja genau. Ja. Hallo? 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 Ich bin still. Ja ist der Pierre. Hallo? Halt die Friste. Hallo? Hallo? Bis nächste Woche. Komml. Oh nein! Halt die Friste. Komml. 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 Monami? Schick dich gleich mein Lieber, aber ich jetzt. Bin ich hier nicht mal schwule. Wie du? Wir brauchen noch viel Geld für mein Generator bevor ich umso mehr die Erde abbrechen. Geht mir�. Kann ich mich? Ah, sehr gut. Hier, ziehe diesen Kanister. Da ist ein Feuerstorger in deinem Bein. Wenn es nicht gibt... Ist die Frau drin? Nein, die Frau läuft von oben. Komm, du brauchst deine Zalando-Schuhe nicht abnutzen. Steig rein. Helft dir mal. Ich kann nicht mehr aufdrücken bei ihm. Soll ich dir helfen? Danke. Bist du ein Arsch. Ah, ich wurde geheilt. Ich steig durch den Berg auf. Ninnia-Style, ich bin oben reingesprungen. Was machst du denn jetzt da? Schade, da hat Joris keine Granaten werfen. Die Frau fährt schon wieder. Ich weiß nicht mehr, wohin. Ich auch nicht. Hauptsache, wir können ein bisschen rumfahren. Vielleicht finden wir ein paar optionale Quests. Da muss man hin. Ich glaube, wenn wir mit dem Boot rumfahren, finden wir auch noch ein paar Quests. In so Höhlen und so. Bist du in die andere Richtung? Wie drehen wir uns die ganze Zeit nur? Nicht da hin. Stopp, 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 stopp. Nein, wir überfahren die doch nicht alle. Ich wollte die doch, ich wollte doch Raserei anschmeißen. Also da lang? Da lang. Und dann irgendwie links halten. Genau. Kommt ja keiner. Oh. Ist ja gar nicht so lustig wie ein Daisy. Das hat zu verhören. Das hat zu verhören. Ach Gott. Das kann ja was werden. Ach denn, ich bin Logan. Ich kann das. Logan. Gerd Logan. Der besoffene Frau umgefahren hat. Nein. Nein, nicht da lang. Wieso, Sebastian ist auch hier. Sebastian fährt falsch. Du musst nicht hier lang. Du musst mal wieder zurückbringen zu dem. Nein. Da war doch nichts. Hä? Da war nichts. Achso. Nei. Ich bin der Frau nur hinterher gefahren. Ich hab nichts dafür. Das ist der Frau, wenn du Frauen folgst. Echt ey. Mit VHSD kann ich mich hin und her setzen. Das stimmt doch gar nicht. Voll die Lüge. Booyah. 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 Hacker fährt gut. Ich ärgere mich jetzt schon, ich bin gelobt. Das sagt was. Das sagt was. Das soll immer die Leute loben hier. So was sagt man nicht. Ich dich. Der Hacker fährt so gut. Ich bin Unglück. Der ist echt gut. Der ist der beste Fahrer der Welt. Sieht gleich um so ein Atompilz von einer anderen Insel aus. Alter. Oh nein. Kotzt ohne Kopf. Look. Ich kann nicht sagen wo sie mit dem Messer denn. Ich glaub ihr habt die Kanister vergessen. Ich hab mein Messer vergessen. Ich hab mein Messer vergessen. Ich hab mein Messer vergessen. Ich hab's nicht gewollt. Ich hab's nicht gewollt. Ich hab's nicht gewollt. Das ist ja so. Ich hab's nicht gewollt. Ich hab's nicht gewollt. Hahahaha 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 Ach du Scheffersohn von Motota Hä? Mototo Motota Wieder mal rein Hahahaha Hahahaha Verrückte Katzenlady Ah hier hab ich ein paar Messer liegen Was du denn da? Nicht hier Du weißt ja keine Funkenerzeugung Hahahaha Mach BOOM Jetzt stirb Sebastian Nein warum denn nicht Scheiße Ein BOOM Oh du BOOM Hahahaha Mach BOOM Das kann doch nicht wahr sein Jaaaaaa Oh Hahahaha Hahahaha Mach BOOM Please 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 Nein Du blöde Scheißviele Zombies zu blöd zum sterben Hahahaha Zambi Hahahaha Hahahaha Blende ich mich nicht genau wie die Mauer ein Hahahaha Bist du denn da? Hahahaha Hahahaha Hab ich dir denn getan ich hab dich gerettet Lass mich doch Hahahaha Logan Hahahaha 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 Ja komm noch Ja komm noch Hahahaha Siehste Hahahaha 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 Ja ich will hier rein Hahahaha Einsteigen war ja im ersten Teil irgendwie einfacher Und Das Hahahaha Hahahaha Fahr nicht der Frucht hinterher b die 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 wir haben die kanister Mir doch egal, ich finde ich mein Problem. Wui! Na? Hä? Irgendwas stimmt hier mit dem Zaun nicht. Der Zaun ist kaputt. Du bekommst doch alles kaputt. Aber auch alle. Woher kommt der Regen? Welcher Regen? Ja, welcher Regen? Bei mir scheint die Sonne. Hä? Es war Platzregen. Ach, jetzt regnet es auf einmal. Bei mir nicht. Bei mir scheint die Sonne, was? Jaja, du sitzt noch ein bisschen weiter drüben, Haka mit dem Fahrersitz. Ist klar, da regnet es bei mir nicht. Bei mir regnet es nicht. Was, wo regnet es denn? Ist der Zaun bei euch hier auch offen? Ja, so leicht. Ja. So soll er sein. So richtig, muss er dich da reinstellen. Wir können einfach nur durchgehen. Nee, kannst du nicht. Du bist so bereit. Und wir können das auch nicht auseinander schieben, weil... Weil der dahinter steht. Richtig. Der ist noch härter als Sam B. Nein, ich habe meine Waffe da reingeworfen. Kannst du mir die nochmal wiedergeben? Nein! Was machst du denn, Mann? Ich brauche wirklich dein Geld, oder? Pisser! Na, jetzt geht's ab hier. Oh, das ist großartig. Das ist nicht öffnet. Wir müssen finden, was wir hier haben. Hast du die Lappen gefunden? Ja. Weißt du doch, wo die sind. Gut. Wo war das Nummer? Hier war einer. Hier war einer. Habe ich einen eingesammelt? Ich weiß gar nicht mehr. Hier rum. Ah ja, ich glaube ich habe einen. Der war doch schon eingesammelt. War nur zwei oder? Drei. Okay. Oh. Oh. Schön durch, wo ich hier bin. Verrückt. Wollen wir den jetzt töten? Okay. The next dude to come by may not be understanding is me. Hey, cause you dissed me? I think I deserve a good discount. Okay, okay. You get half of the regular price. Look around. I'm stronger. I'm stronger. Come on, Victor. Everything here is of the highest quality. I do not deal in rubbish. Hmm. Verkaufst du den Scheiß? Und Seife. Kann er hinwerfen. Yeah. Im Außen-Genie. Bam! Durch den Zaun durch.